Klickrend hat natürlich alle Anbauteile für Teleskopstapler im Sortiment. Angefangen von einer Erdschaufel, Leichtgutschaufel für Silos, aber auch Lastengabel, Lastenhaken und natürlich kann man den Teleskopstapler auch als Bühne umfunktionieren. Besonders häufig wird natürlich die Seilwinde gemietet. Hier kann man den Teleskopstapler als Kran umfunktionieren und das ist natürlich besonders beliebt bei unseren Kunden. Es gibt natürlich unterschiedliche Arten von Teleskopstapler, die angegeben werden, die meist schon bereits im Namen, wie bei einem Merlo 4017. Hier wird im Namen schon angezeigt, dass der Teleskopstapler eine maximale Hubkraft von vier Tonnen hat und eine maximale Auslade von 17 Metern. Der Ausfall eines Teleskopstaplers kann natürlich verschiedene Ursachen haben. Die häufigste Ursache ist natürlich, wenn der Baumaschinenführer mit der Gabel aufsetzt. Hier tritt der sogenannte Totmannschalter in Kraft. Der Teleskopstapler schaltet ins Not aus. In der Regel hilft dann ein Neustart der Maschine oder Sie rufen uns einfach an.